was soll ich hier bei dir ähm hinter dir wo auch das ist Herbert Junge Alter what the fuck äh ja der verfolgt eine Dynamite bei unseren Baumhäusern oh shit das war voll die Fehlzellung Alter weil ich baue noch eins, der geht ab der ist bei uns zu Hause offiziell was macht der die ganze Zeit der Bauchplatsche alter der ist ein verrückter Typ oh shit wir sind richtig am Arsch Alter wir sind am Arsch wir sind jetzt zu Hause auf die Brücke ich bin jetzt tot gleich Alter komm schnell du hast doch jetzt komm du hast deine Gear schon gerettet Alter du musst jetzt schnell zurückkommen ich baue schnell Molotovs aah warum lass mich rein aah weg hier ich hab keine Ausdauer mehr oh jetzt bringt der auch noch Freunde mit ja das war die Ex war wo ist Herbert wo ist die Nudel wo ist die Nudel Alter das steht da direkt hinter dir ja ist so im Tumbo steht da der Fettsack da Alter oh halt mal Ausdauer regenerieren naja aber hast du Essen mitgebracht ne ja ich muss nicht mehr was essen ich esse mir mal kurz nen Snack davon ne ich hab auch mit aha ich hänge Mediziner hier auch mitgebracht na schon mit Herbert er gleich wieder also der Ort ist schon gefährlicher ne er brennt flammer an Fettsack halt ich ja und direkt noch eins hinterher dann lass das ausbrennen ab, 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 ab jetzt draufholzen au hau hau drauf Junge was äh, kannst du dich wiederbeleben? ja kann ich gut von ihm wird umgehauen ich glaub Herrwert Achtung weh das bringe ich jetzt um warum juckt ihr das denn nicht? ja wie soll ich denn jetzt zu dir kommen Alter? einfach eh drückt da eh drückt nur eh drücken einmal ja ne muss ich ein bisschen gedrückt halten warte gib mir eine Sekunde was zum Fick macht der bei uns? jetzt lauf doch du bist am Loll das war ein Purzelbaum Alter hast du das gesehen? nein du musst wieder danke schön holy shit ab, 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 auf die Burg, ab, auf die Festung der, der, der hat grad ohne Witz der hat einen Purzelbaum rückwärts gemacht wie kann man denn von Idiot wie kann man denn so gelenkig sein als so ein Fettsack kein Tsunamit in der Basen ja, ja zumindest nicht bei, wo bei den Bauten ah, ich brenne ich logge ihn weg hau alles Tsunamit drüber, was ich hab ich hau den kaputte Erbe dein dicker Arsch das juckt den einfach überhaupt nicht, sieh so zu machen Monster! Alter, war die schon gesehen? Monster, du Monster, du ey, warum bewegt er sich nicht mehr? oh hau drauf, hau drauf hab ihn! er ist da un, Junge woher denn? hier bei mir bei mir ist doch nichts woher liegt der hier? jawohl, Alter, ja ihr seid jetzt weg bei dir ja, ne? ja, wir sind weg, das Wort ist ja echt ekelhaft so ein Schwabbel, das ist wie so ein schwabbeliges Riesenbaby, Alter ich stürze ihn die Klippe runter, okay? jo, ich seh's sowieso nicht huckel, 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 huckel ach, da ist er, er wird ja dauert nicht da jetzt bei mir wieder mach's gut bei mir fällt er jetzt rund oh, er hängt also lass es lieber das ist jetzt ungünstig also, er verträgt einfach verdammt viel eigentlich hätten wir noch die backen müssen Alter, was ist das für eine Scheiße, ey warum meinst du mir da Klaus oder so? Muschi Klaus oder Hans-Peter, ne? weg da, weg da die, Alter, hab ich weggespringen, Alter wie der Baum, oder was fliege ich, ey? auf ihn drauf, Alter so bin ich, wa? oh, 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 oh du hast hängert, ah? ach ja, stimmt ja, das jetzt behindert, ne? die ganz Vorräte sind weg ja, ich hab keinen Bock mehr da drauf, guck, hier schon wieder bin ich schon wieder hier unten drin, ey warum das denn? ja, ne, aber verliere ich aber alles also, ihr werdet mir sowieso alles verloren, ihr scheiße das machen wir jetzt kann ich mich einfach hier raushauen, dass das Haus nicht alles kaputt, das weißt du, ne? aber was machen wir jetzt da mit dir? einmal versuchen, mach's doch ja, das ist total behindert, warum denn, Alter? ja, lock mich doch immer ein ja, mach du mal voll das Schlürfgeräusch, wenn man jetzt was trinkt, Alter so, durch nein, wieso spielen? ach komm, wir hauen das Ding jetzt kaputt aber nur hier an der Seite, bitte oh, komm ey, unser Haus steht doch halb, ja? rette die Baumstämme äh, ne, vier Baumstamm ja, ich hab zwei ich kann die Baumstamm aufheben hab einen scheiß Dreck okay, ich bau das neu noch neun Stämme, yo was war das denn? ach, du baust da auch du wärst mich ja voll erschrocken, ey ach so, wer baut denn hier noch auch noch? ach, du machst die ganz einfach hier, ne? ja, ja, ich bau ja auch so weiter alles ja, mit dem Spiel ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber so ein paar einfache Sachen vielleicht, keine Ahnung Elektroschocker, ne? weil ich mein, das Flugzeug, wie viele Kabel das hat, dann baust du, wie du dir halt einen Motor oder sowas baust, weiß ich noch nicht, aber nimmst halt einen Hamster und der läuft im Rad oder so ein Skillbaum einfach mal erfinden, ne? ja wobei, so ein, ich mein, keine Ahnung ich mein, du hast theoretisch ein paar Motoren vom Flugzeug ja am Start, ne? ja, dann mal eine wilde Turbine mit ja, gut, nicht die gleiche Turbine vielleicht ja, so ein paar Komponenten das wäre vielleicht gar nicht mal so unrealistisch das wäre geil, und dann gefangen nehmen ja, gut, das wäre schon mal ein Dead Island-Feeling, ne? ja, aber ich weiß, das ist so der Art halt, du überlebst, du überlebst ja, geil wäre es halt, wenn man die wirklich dann elektro-schocken könnte, die eingeborenen, und dann mit dem Seil fesseln das wäre realistisch, eigentlich alter, wie viele das hier sind oh, da sind zwei Gruppen umeinander getroffen sechs Stück jetzt nochmal, zwei Dreier-Gruppen Rückzug, rückzug warum rückzug? guck mal hinter, alter, wie das aussieht was denn? oh, Herre okay, rückzug, ging auf die Hill, los geht Fein auf Leben und, er klettert da hoch Arschloch siehst du das? ja, unser Baum fäll den Baum warte, warte, ich hab ne Idee ach, ich wollt grad meinen Bogen zicken, alter aaaaaaah komm, wir machen jetzt hier ein Fight auf Leben und Tod, alter wie das hier? hab kein Damage, alles cool die Mache, die Mache ich nicht boah, das Katala geht schon ab, ne? aaaaaaah zieht auch ordentlich oder gleich noch oh, sorry ja, wir haben jetzt erst drei gekillt, ne? drei fehlen noch äh, ich muss eben noch hier einen töten fünf die Mache ganz gern mit dem wie die Mache die Mache das wie die Mache mit dem einen